Einmal mit dem Kärcher drüber, sieht aus wie neu. Bisschen Öl. Wie kannst du verkaufen? Die kommen in Schrott oder sowas dann halt. Schrott? Ja. Wieso? Wir spenden das Geld fürs Krankenhaus. So, das ist jetzt das Fahrrad Nr. 3 aus Tübingen am Neckar. Der Magnet ging vorhin auch noch mal fest. Dann habe ich in 3,5 Stunden lang versucht, den wieder loszukriegen. Jetzt bin ich erstmal total durch und mache erstmal ein bisschen Pause. Auf Wiedersehen.